Hi, Willkommen zurück zu Minecraft, ich bin Tim und ich geh jetzt aufs Klo. Wow. Wow. Das ist krass. Das ist jetzt echt sick. Jetzt lässt er mich hier einfach alleine hier mitten im Regen. Er hat noch immer seine Kopfhörer und alles auf. Weil ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was ich machen soll. Das hier wird ja so sein, so sein, so sein, ja. Und ich muss mal eben hier schauen, wie hoch das hier ist. Wie hoch ist das hier? So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, fünf hoch und dann kommt die Wand. So, fünf hoch. Nein, nicht zurück. Oh, fick dich. Dann halt eben nicht. Dann kannst du mir auch gestohlen bleiben. Hi. Wie schnell warst du denn bitte? Das ist echt krass. Ich habe mir die Hände gewaschen. Hoffe ich doch. Also nur die Hände gewaschen. Aber. Mein Gott, was ist denn hier? Doch, sie geht den Weltanteil. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Eben hier alles abbauen. So, was steht an? Ich brauche nur einen Stein, deswegen baue ich jetzt hier gerade ein bisschen die U-Bahn weiter aus. Was für Stein brauchst du? Stein. Egal, was für welchen? Nee, am besten glatten. Ja, in den Öfen ist noch ganz viel glatter Stein. Ja, 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 habe ich schon genommen. Okay. Der ist schon längst verbraucht. Aber wir sind ja gar nicht abzudelt hier. Geht ja, ja, nicht. Geht so Leute, die ja noch scheißen? Nee. Ich auch nicht. Geht so Leute, die ja noch nicht. Geht so Leute, die ja noch nicht abzudelt. So, was machst du denn gerade? Mach dich. Geil. Hast schon Eisen gesammelt? Nein. Oder hast du einfach noch so Schicken gehabt? Ja. Okay. Boah, ich weiß echt nicht, worüber ich reden soll, Alter. Sinnlos. Sinnlos. Gehen los. Ja, dann red mal. Worüber soll ich hin labern? Hast du so irgendwas? Ich habe heute ein Brötchen gegessen, ja. Da war Käse drauf. Kennst du das? Wenn so Käsescheiben einfach so mega ranzig werden. So die, die oberste und die unterste Scheibe sind... Ja, lass doch mal über was Relevantes reden. Geh mal über was Ekliges. Nebenbei esse ich immerhin noch. Nein, das ist ja nicht eklig. Das ist nur... Keine Ahnung, komisch. Was isst du denn gerade? Ekos, alles. Geil. Und Haribo, irgendwie alles gemischt. Keine Ahnung, Okay. So. Der Donner ist viel zu laut. So, ab hier könnte eigentlich so ein Block kommen, ja? Jetzt ist sowas hier. Ich glaube, es kann da noch was kommen. Ja. Klappt auch perfekt. So, eins, zwei, warte. Eins, zwei, drei, vier. Hast du gerade einen guten Witzauflager? Nee. So. Ja, voll. Oh, ich weiß eigentlich, ich weiß, was ich machen kann. Ah, nee, dafür brauche ich noch Glas. Also, ich glaube doch nicht. Wolltest du uns denn wenigstens verraten, was du vorhattest? Ähm, ich hätte vor, da Glowstone wieder hinzumachen in den Boden, aber dafür brauche ich noch Glas. Und das Glas habe ich einfach nicht. Ja. Ich glaube, ich weiß, was ich jetzt mache. Dafür brauche ich aber Erde. Ah, meine Nase juckt. Oh. Besonderes. Wo ist Besonderes? Da. Zack. Ähm, Stein ist nicht da. Sondern da. Irgendwas Witziges auf der Skireise passiert? Ähm, nee, eigentlich nicht. Und da. Ja. So. Geht mal bitte weg, beide. Danke. No. Das ist ätzend. Verpüsst du dich? Ah, ich komme hier nicht raus. Hilfe! Nein! Jetzt komme ich da auch wieder raus. So. So. So, erstmal hier wieder die Landschaft ein bisschen aufbauen. Denn das ist wichtig. Ansonsten kotze ich die ganze Zeit, wenn ich hier lang gehe. Aua. So. Siehst du, sieht doch schon viel schöner aus. So. 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 So, alles hier schon ausbessern. So. Ah, das sieht normal aus. Gut, gut. So. 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 So.